Der Datenbank-Administrator hat Sie kontaktiert und um Hilfe gebeten. Er braucht einen Azure SQL Server und die Authentifizierung soll mit Azure Active Directory erfolgen. Lassen Sie uns doch gemeinsam dem Datenbank-Administrator helfen. Zuerst einmal navigieren wir zu Create a Resource. Ich befinde mich übrigens in der Azure App, also nicht im Browser, sondern ich verwende die Azure Desktop App. Ich wähle Create a Resource. Dann suche ich nach SQL und ich wähle Azure SQL aus. Nun klicke ich auf die Schaltfläche Create, weil jetzt können wir auswählen. Was möchten wir denn genau? Möchten wir eine Single Database, eine Single Instance oder eine VM erstellen und darin enthalten SQL, beispielsweise SQL Server 2019. Nein, ich möchte eine Single Database erstellen. Also wähle ich Create aus. Jetzt startet ein neues Blade und wir können mit den Konfigurationsschritten beginnen. Zuerst einmal die Subscription. MSTN Platforms, das ist in Ordnung. Dann erstelle ich eine neue Ressourcengruppe mit dem Namen TWRG03. Anschliessend müssen wir den Namen der Datenbank bestimmen. Sie sehen Database Name. Da verwende ich DB und dann 75. Und das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir den Server bestimmen. Aber ich habe keinen SQL Server. Darum wähle ich Create New, damit ein neuer Datenbankserver erstellt werden kann. Und da verwende ich SRV 75. Mal schauen. Und das sieht auch gut aus. Jetzt müssen wir das Server Admin Login bestimmen. Da verwende ich Admin. Aber das sieht nicht gut aus. Admin ist ein reserviertes Wort. Sie sehen, das geht also nicht. Darum verwende ich hier als Beispiel Tom. Und das sieht wieder gut aus. Das können wir einsetzen. Dann geben wir das Kennwort an. Und das Kennwort bestätigen. Und beide Passwörter sind identisch. Jetzt wähle ich die Location aus. Nicht East US, sondern West Europe. Und West Europe ist ausgewählt. Und ich wähle OK. Jetzt wird dann für uns der neue Server ebenfalls erstellt. Die nächste Frage, ob wir einen SQL Elastic Pool erstellen wollen. Das brauche ich nicht. Darum belasse ich es bei der Standardauswahl. Und dann verwende ich General Purpose. Genau das, was mir hier vorgeschlagen wird. Das ist ebenfalls in Ordnung. Und es geht weiter zu Networking. Wir müssen den Zugriff bestimmen. Wollen wir mit einem Public Endpoint arbeiten, mit einem Private Endpoint oder No Access. Ich belasse es beim Standard. Und es geht weiter. Die Additional Settings. Ich möchte, dass bei dieser Datenbank eine Beispiel-Datenbank erstellt wird. Diese hat den Namen AdventureWorks LT. Und das ist in Ordnung so. Unter Advanced Data Security belasse ich es beim Standard. Ich möchte da mit dieser kostenlosen Testversion arbeiten. Dabei geht es darum, dass automatisch auch eine Schwachstellenanalyse durchgeführt wird. Das ist in Ordnung. Das habe ich sehr gerne. Darum belasse ich es so, wie es ist. Es geht weiter zu den Tags. Ich verwende da als Tag Projekt und den Value Cloud 2020. Es geht weiter zu Review and Create. Wir erhalten eine Übersicht. Die Übersicht sieht gut aus. Und ich wähle Create. Und jetzt wird die Bereitstellung durchgeführt. Das dauert in etwa 3 bis 4 Minuten. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, werden wir gemeinsam die nächsten Konfigurationsschritte besprechen. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Unser SQL Server wurde erstellt und auch die Datenbank. Ich wähle die Schaltfläche Go to Resource. Und wir sehen, hier steht SQL Database. Die Database hat den Namen DB75. Jetzt können wir versuchen, eine Verbindung aufzubauen zu unserem Server, indem wir mit dieser URL arbeiten. Ich kopiere mir diese URL in die Zwischenablage. Und ich verwende das Werkzeug Microsoft SQL Server Management Studio. Ich wähle die Schaltfläche Connect aus und dann Database Engine. Nun füge ich die URL ein, aber ich sage es Ihnen gleich im Vorhinein. Der Verbindungsaufbau wird nicht funktionieren, weil wir haben die SQL Firewall noch nicht konfiguriert. Wir testen. Ich gebe den Benutzernamen an und dann das Kennwort, welches wir während der Bereitstellung bestimmt haben. Und dann wähle ich Connect. Es wird eine Verbindung versucht aufzubauen. Und Sie sehen, es geht nicht. Da erhalten wir eine Meldung. New Firewall Rule. Nein, das ist nicht der Weg, den wir da einschlagen wollen. Ich wähle Cancel. Also werden wir das Ganze anpassen. Ich wähle hier auch Cancel. Ich minimiere das Microsoft SQL Server Management Studio. Und direkt wieder im Portal haben wir hier die Möglichkeit, die Firewall zu konfigurieren. Set Server Firewall. Wenn Sie beispielsweise direkt zum Server gewechselt haben, also auf diesen Link geklickt haben, können Sie auch vom Server aus die Firewall konfigurieren. Wenn Sie nämlich hier auf den Link klicken, Show Firewall Settings. Dieser Weg führt genau zum gleichen Ziel. Ich navigiere ein wenig nach unten und hier wird mir meine öffentliche IP-Adresse angezeigt. Und genau diese Adresse möchte ich einfügen. Und jetzt muss ich nur auf diese Schaltfläche klicken, Add Client IP. Sie sehen, die IP-Adresse wurde eingetragen. Alles in bester Ordnung. Mehr muss ich nicht konfigurieren. Ich wähle Save. Diese Einstellungen werden nun übernommen. Das heisst, die Firewall wird aktualisiert. Die Benachrichtigung zeigt es. Das wurde erfolgreich durchgeführt. Das heisst jetzt also, wir können wieder zur Übersicht navigieren. Und jetzt starten wir wieder das Werkzeug. Und zwar das Microsoft SQL Server Management Studio. Ich wähle Connect, Database Engine. Wir geben den Benutzernamen an und dann das Kennwort. Und ich wähle Connect. Und jetzt werden wir mit dem Server verbunden. Es dauert einen kurzen Moment. Anschliessend wird der Server hier angezeigt. Jetzt habe ich noch etwas gesehen. Die URL wurde wieder zurückgesetzt. Ich muss schnell die URL ersetzen. Das habe ich nicht gesehen. Also Ctrl-V. Jetzt stimmt auch die URL. Und jetzt, Benutzernamen und Passwort ist noch da. Wir wählen Connect. Und jetzt sehen Sie, jetzt werden wir sofort verbunden mit unserem SQL Server. Und da sollte auch die Datenbank sein, DB75. Soweit alles in bester Ordnung. Aber die Aufgabe war, dass wir uns mit Azure Active Directory oder mit einem Benutzer von Azure Active Directory authentifizieren können. Ich habe mich jetzt mit dem SQL Admin authentifiziert. Also müssen wir das Ganze anpassen. Zuerst einmal wähle ich hier Disconnect aus. Ich minimiere wieder das Microsoft SQL Server Management Studio. Und ich navigiere direkt hier beim SQL Server. Navigiere ich zu Active Directory Admin. Genau das ist der Punkt, den wir brauchen. Hier können wir einen Active Directory Admin bestimmen. Ich wähle die Schandfläche Set Admin aus. Und nun muss ich das Konto suchen. Ich suche mal den James West. Ja, nehmen wir den James West. Der ist in Ordnung. James West wird aufgelistet, ist selektiert und ich wähle Select. Und jetzt ist der James West hier aufgelistet. Aber jetzt Achtung, nicht einfach wegklicken, sondern hier auf die Schaltfläche Save klicken. Das geht oft vergessen. Ganz ehrlich, habe ich auch schon vergessen. Unbedingt auf die Schaltfläche Save klicken, damit das übernommen wird. Und nun können wir auf Managed Backups klicken und dann wieder zurück auf Active Directory Admin. Und wir sehen, James West, also beziehungsweise jwest.tomwechler.ch ist jetzt aufgelistet. Nun geht es wieder zurück zum Microsoft SQL Server Management Studio. Wir wählen wieder Connect, Database Engine. Die richtige URL ist immer noch eingefügt. Und jetzt ändern wir den Benutzer. Aber Achtung, bevor wir jetzt mit dem neuen Benutzer arbeiten, unbedingt hier die Authentifizierungsmethode anpassen. Und zwar verwenden wir hier Azure Active Directory Password. Und jetzt wurde der James West direkt aufgelistet, weil ich habe mich schon einmal mit dem angemeldet. Und jetzt kann ich das Kennwort eintippen. Und ich wähle Connect. Und jetzt sind wir mit unserem SQL Server wieder verbunden. Und wir sehen auch die Datenbank DB75. Jetzt haben wir gemeinsam einen SQL Server und eine SQL Datenbank in Azure erstellt. Und wir haben die Authentifizierungsmethode geändert, dass ein Azure Active Directory Benutzer eine Verbindung aufbauen kann mit diesem SQL Server.